hallo grüß euch willkommen bei einer neuen teaser folge von krypto tv warum teaser ich lade ja nichts mehr auf youtube von meinen projekten hoch sondern nur noch solche teaser warum müsst ihr eigentlich schon längst wissen dies noch nicht wissen in den vorangegangenen teaser videos erkläre ich das heute habe ich wieder eine schöne schöne filmproduktion auf meiner neuen video plattform hochgeladen da schalte ich jetzt mal um also hier auf dieser video plattform wie gesagt ich will gewisse wörter nicht in den mund nehmen denn der youtube roboter strikt mich sonst wieder schuldigen muss mal kurz husten so trockene luft also es geht jetzt um diese vier videos die sind alle von einem tag dies hier ist die vollversion von poliziergang in zeichen der unheiligen willkür im namen des widersachers am 22 märz 2021 in salzburg und wenn ihr hier drauf klickt könnt ihr das auch auf 720p anschauen auf voll hd hat es mir diese video plattform wieder nicht hochgeladen obwohl es auf hd geht wenn ihr wisst wie ich das machen kann dass es doch noch auf dieser video plattform auf hd funktioniert bitte gebt mir bescheid also das ist die vollversion und ich habe noch drei auszüge aus dieser vollversion gemacht die habe ich hier hier und hier ich setze euch diese vier video links in der video beschreibung rein damit er auch hin findet und somit hätte ich jetzt wieder alles gesagt ich würde mich freuen wenn ihr euch diese videos anseht denn es geht um unsere freiheit somit bedanke ich mich wieder für eure aufmerksamkeit und freue mich beim nächsten mal wenn es wieder heißt crypto tv